Die künstliche Intelligenz kann helfen, Krankheitsverläufe und assoziierte Risiken von psychischen Erkrankungen vorauszusagen. Die UPD wird Serig-Technologien vermehrt brauchen, um neuartige Diagnostika und Therapien zu entwickeln. Zusammenarbeit mit Experten aus den Gebieten Technik, Informatik, Translation, Ethik und im Zusammenspiel mit unseren Fachleuten ermöglichen sie uns, rasch neue datengestützte Therapieansätze und Diagnostikansätze zu entwickeln und in unsere Kliniken einzuführen und damit Menschen mit einer psychischen Erkrankung besser zu helfen können.